...dass dann eben zugegen der Geldbasis, die Zugrafen, die beiden Bezüge, die sind in den Pfandkreis, das wissen wir im Moment nicht, weil es wurde in der Gäste auswählen, der Fingernation, die sich nicht vor und dass diese Schwachstellen untersuchen, wo liegen denn die Gäste auswählen, um die der Gäste zu spät und aufzubauen zu werden. Das wäre dann natürlich vorliegende Aufgabe der Bundesachter, denn das war eigentlich die Aufeinstellung des Geschäftslechts. Welche Infaktentur-Erkennung sehen Sie, die von den Ostsektoren, die zu vorbezeichnen haben, damit wir dieses Ziel 30% mehr Erfüllung und Qualität erreichen. Das war auch ganz ein Interesse. Also, der Herr Stefan, der Herr K.A.